ok freunde der nacht wir sind zurück bei gta 4 und wir sagen wieder für ein gepflegtes chaos und gerade war ich noch in der kirche bis ich pro zeit mache ja was ist denn das da mein laptop schön mit durchsichtigem bildschirm geil der letzte schrei und da kann ich meine e-mails checken ich checke mal sehr leonora ja gut den könig der mr fackler der bruce und wird denn so wie dein auto klauen nur gut der moment eine mission zum wollen werden bevor es dann richtig ernst wird wir haben nämlich noch einige auftraggeber so mein kumpel passt einfach nicht ja wir sind das doch geil vom aussteigen einfach mal limousine ein schlampen schlepper mit vollkäse durch die innen stadt so wenn ich mit diesem ding um die ecken trifft er hat einmal in fliegen die fetzen versicht ich drifte gott des willen so grodo er soll mal jetzt habe ich wieder die bolzheimsacke da fliegt es und ich so gut aus dem radius her außen oder nicht so gut abgewürmelt so mal wir schreiten doch ja da hinten macht aussteigen ein blinder passagier das kann ich nicht brauchen ja gut werde erst mal schauen dass ich dieses auto klauen kann und dann werden wir mal zu meinen auftraggebern schauen da haben wir doch in der letzten aufnahme diesen bürger nicht kennengelernt versicht ich setze zum trifft doch gut ja da schau her er fährt das gleiche auto ja genauso das ist ein mode trend heutzutage hat man keine bmws mehr man fährt die limousine so mal hey warte mal macht er mir konkurrenz oder was das auto klaufe ich geh damit du dich auskennst aber ich schaue den aus so mal was treibt denn der koppel aussteigen deine zeiten sind vorbei was zu bruises garage er kommt er schü er mei drache den kann er haben mit der hausmauer dieser volldip was ist der für einer na sag mal hey schüe er kommt schrunk die rücke des ganoven schau mal haben die was geh an mich schau mal diese telle an ob ich da wahnsinnig ja sag einmal ich glaube da muss ich ein bisschen rabierter werden ja kollege wer schießt er was ja gut auf auf und davon nicht gleich dass er seine freund hält ja was sind da los schön flüchtlinge ich fahr mal da rund um jetzt hat er mir hinten eine dänne reingefahren was ja nicht ich meine ich kann der bruise nicht mehr ausappulieren also er strengt sich an moment die kurve kratzen so guck mal das auto schaut aus da meine ich kriege keinen Pfennig mehr dafür mit vollgas in den untergang hey ein moped ja noch eins ja sag mal das moped paradies ich kann es aber nicht verschrotten weil sonst verschrotte die kiste noch mehr russi öffne türen im fenster da bin ich ja gut so mal der kollege schaut aus zu 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 da bleibt er fit jetzt brauche ich erst einmal eine weste oder bei der der nächste waffen shop der ist gleich am sick deine befürchtete emissionen werden wieder ein bisschen bleihaltig das ist ja meistens der fall was sagt er in die andere richtung na gut einmal wenden bitte oh koppel da hast du mal Glück gehabt das nächste mal bis fällig ach so mal ist da verkehr das hat immer diese moped fahrer die durch die gegend fliegen das kann ich gar nicht ausstehen ich habe ja bedarf mein waffen shop der wird sich freien wenn wir wieder kommen und du los ab durch die menge oh koppel koppel das musst du schon verstehe ich muss ein bisschen kohl auch verdienen denn wenn wir wissen von nix kommt nix ich habe nicht die damen schön hey baby schaut denn aus mit uns zwei ach so du bist der klon schön lauter klone die mag ich nicht eine wie die andere ok kumpel da bin ich wieder der westenkäufer und dann brauche ich vielleicht noch eine Mallory nein baby schlechte ja gut wie schaut denn aus mit der sniper die könnte eventuell ein bisschen bisserl sein halt die unter was kostet die 8500 ja gut die kohle haben wir ja munition 50 schuss ja gut das ist lange nicht eine panzerfaust die haben wir noch nicht wie schaut denn da aus ja gut ich denke mal sagen ich bin wieder bestens gerüstet wenn alle Schandtaten so mal sind die klone immer noch da und wir haben auch drei auftraggeber schon das ist dieser bernie ja wer ist das da der phil bell und der derrick hätte ich mir sagen vormals erst das ist du bernie oder den haben wir in der letzten aufnahme kennengelernt mit voll mit voll gaste bernie und da gibt es diese klassiker g wie der erge mit bernie und oh gott vorsicht sobald nicht gibt es einen einen unfall mit mir oh richtung sonderuntergang dem horizont entgegen oh gott mein leben endet gleich mit vollgas in den innenstatt moment oh gottes willen oh Freunde da können wir ein bisschen gekehrt der little Jacob ein Raster ein Raster ein Raster der saufen tut das oh mei jetzt wenn er gesagt hat er möchte dann smoken dann kann ich es nur verstehen hey ladies wie schaut denn aus ach so wie geht es denn na gut diese amerikaner g oh gott da ist der andere schön oh da fällt ich mir nicht hin das nehmt ich mir wieder jetzt fangen wir zu bernie ja wo wohnt dieser bernie da rum weiss ich mir nicht hin Bodenwelle Moment vergiss uns um abbiegen und dann sind wir endlich mal bei bernie gell und schauen was aussteht oh Freunde Lateinefeld sag mal was redet denn da ist umeinander Florian Florian open the door name my des Peter go vor ingleski and I told you it's Bernie then Bernie open the door what's going on come in come in the haters are trying to kill me I can't stand it I won't stand it it's not fair I'm just being mean Bernie what are you talking about I came to this country to be myself to get away from small-minded angry macho pricks oh like me yes well no well you know what I mean it was hardly the most progressive place how does my hair look fine I put a rinse in tawdry night nice Bryce found some grey hairs if he leaves me I'll kill myself forget about your hair Florian Bernie I mean Bernie what's the problem someone is threatening to kill me every time I go jogging and doing aerobics or playing ultimate disc some guy comes up and threatens me he's loco why is he threatening you because I think just because I'm fabulous what I keep thinking I'm being followed and I don't know why I'm a prisoner in my own home okay Bernie let's go out and have a look I'm so glad you've come back into my life it's cool but listen you and I don't know each other how can you say that I thought you were different because we want this guy to attack you come on oh